Hallihallo und willkommen zum neuen Video Leute. Willkommen fast am Hexentrail in Freiburg. Voll cool. Falls ihr das Video letzte Woche gesehen habt, waren wir gerade schon an der Borderline und haben uns jetzt hier noch hochgekämpft. Ich war gestern auch noch in obersten Felden und so, war jetzt halt ziemlich k.o. Aber guckt euch mal das geile Wetter an und Hexentrail macht eh jedes Mal Laune. Ich bin mit dem Luis da, der steht da oben komisch rum. Wir haben hier gerade ein bisschen gechillt, Pause gemacht und werden jetzt zum Trail noch vorradeln. Schoner an und dann sehen wir uns gleich auf dem Trail. Let's go. Viel Spaß, Bro. So, jetzt seht ihr mal Julian beim Fahren heute. Ich werde gleich die Ideallinie verkackt. Spuk! 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 Ah! Nee! Jetzt hätte ich ihn wahrscheinlich mitgenommen. Spuk! Spuk! Wow! So, er ist jetzt anstrengend! So, ja, und hier beginnt der Soundtrack-Path. So, ja, und hier. Ja, Leute, vielleicht habt ihr es gerade gemerkt, ihr wart bei Louis am Helm dran. Ich bin gerade vorgefahren. Bei der Sektion kommt jetzt so ein komischer Sprung und da wollte Louis jetzt, glaube ich, kurz vorfahren, weil er da einen anderen Speed hat als ich oder so. Also ich weiß da einfach, wie viel Speed ich brauche. Und wenn dann jemand vorfährt und dann komisch bremst, dann weiß ich nicht, ja, okay. Ja, macht Sinn. Ja, deswegen seid ihr jetzt wieder bei mir dran und ich werde Louis hinterher heizen. Let's go! Alter, ich habe richtig Bock auf den Sprung gerade. Ich weiß auch nicht, ich weiß, ich lasse ein bisschen Abstand damit. Du nimmst die andere Line jetzt aber, ne? Ist das chilliger dann? Ja, ich finde es schon, weil man auf den Lasten ganz gut zufährt. Und man landet dann immer so ein bisschen weit links und dann muss man noch so eine kleine Kurve fahren. Ja, ja. Ich merke heute, Sektion 5 hat es übel gebracht. Ohne Spaß. Ich war immer bei dem Sprung, habe ich halt so, ich weiß nicht, ob ich richtig abziehen soll oder nicht. Und gerade dachte ich, ich ziehe einfach voll ab und es war so richtig geil. Das macht so, ey, das Hexentrailer am Schluss lohnt sich einfach immer. Das ist so geil. Einfach nur gut. Ich habe nicht gecheckt, dass hier zwei Lines sind, damit es ist, meine Konstellation. Oh mein Gott, wie es Bock macht, ey. Wie es Bock macht. Hallo. So ihr Lieben, das war es mal wieder aus Freiburg, ey. Perfekter Tag. Ich war jetzt ein bisschen viel in letzter Zeit. Ich schaue auch mal, dass ich jetzt demnächst, ich wollte eigentlich gestern nach Bärfelden fahren und so, aber irgendwie, wenn man mal die Trails hier gefahren ist, ist es echt schwer, noch richtig Spaß auf anderen zu haben. Also ich finde, hier lohnt sich der Apfel richtig, also der ist schon lang, weiß nicht, so Borderline haben wir 40 Minuten oder so, das ist hoch gebraucht. Aber da fährt man halt auch wirklich mal lang am Stück was zum Backup fahren und das ist technisch und geile Sprünge. Und, ah, ich liebe es hier. Gut, wir werden jetzt zurück zu Louis fahren, noch was futtern und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Bis dann, passt auf dich auf, ride on. Ciao, ciao. Nee, wie? Ich bin gerade so verballert, wie war ich heute? Ja, ride on. Ich bin gerade echt, oh, ich bin echt durch, ey. Also bis zum nächsten Mal, passt auf dich auf, ride on. Ciao, ciao. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020